Hallo, ich bin's wieder, der Zwirni! Bereit für die beliebtesten Stoffneuheiten des letzten Monats? Dann geht's jetzt los! Platz 5 belegt ein leichter Baumwollstoff zum absoluten Toppreis. Die süßen Kätzchen darauf freuen sich schon, bald auf euren Kreationen herumzutollen. Platz 4 passend zum Winter. Genau das Richtige für alle Ski-Fans. Dieser Softgel hält richtig schön warm und ist durch die Vlies-Innenseite zudem flauschig weich. Perfekt für Kleidungsstücke in der kalten Jahreszeit. Platz 3 belegt das gesamte neue Pelz-Sortiment. Wir haben viele extrem hochwertige Kunstpelze im Sortiment aufgenommen. Stellvertretend hierfür das Tiger-Wolf-Imitat. Eine wahnsinnig gute Optik und ein herrlich flauschiger Griff. Und das Beste? Kein Tier musste hierfür sein Leben lassen. Platz 2 geht an die glücklichen Pandas auf stretchigem Sweatshirt-Stoff. Die niedlichen Tierchen machen sich nicht nur toll auf bequemer Kinderkleidung. Auch für Erwachsene ist diese Ware natürlich geeignet. Und Platz 1 belegt ein wunderbarer Jersey unserer neuen Fiona-Hewitt-Designer-Reihe. Die verliebten Gartenzwerge zaubern aus jeder Kreation daraus einen absoluten Eye-Catcher. Werft einen Blick auf das gesamte Sortiment. Es lohnt sich. Die Links zu den einzelnen Stoffen findet ihr in der Videobeschreibung. Ihr wollt mehr Videos aus der fantastischen Welt der Stoffe von Stoff4U? Dann abonniert diesen Channel. Bis zum nächsten Mal. Euer Zwirni 3. Machab finger 4. Filiz 1.